Weil da gibt es auch wieder eigentlich zwei Möglichkeiten. Du kannst das erstens einmal ganz vom Team weghalten, sozusagen das Team ein bisschen unter der Glocke halten und ja, ja, die sollen sich nicht so viel darum kümmern, was die Politik vielleicht im Unternehmen ist und die sollen sich nicht Sorgen machen darüber, dass wir da jetzt eigentlich gerade riesig unter Stress stehen, weil wer weiß, wie die das dann aufnehmen und dann machen sie sich vielleicht mehr Sorgen darüber. Oder möglicherweise sogar bis zu den Extremen wie Jobsicherheit und was auch immer und haben dann weniger Kapazität dafür, sozusagen die eigentliche Aufgabe zu erledigen, weil sie mehr in diesen Oh mein Gott, Oh mein Gott, Oh mein Gott und dann ist mal einen halben Tag lang Feuer am Dach und es wird geschwätzt am Gang und etc., um diesen Stress selber mal rauszubekommen. Das musst du halt entscheiden, wie das für dein Team ist. Und auf der anderen Seite, wenn du das nur so tust und alle da außen vor halten möchtest, dann ist halt die Frage, ob diese Botschaft, die du dann sendest, halt auch entsprechend ankommt. Also es geht ja oft um Dringlichkeit, um Wichtigkeit, um Priorisierung zum Beispiel. Und wenn dann einfach nicht klar ist, okay, du musst, dieses Ding ist Nummer eins, wir müssen das jetzt unbedingt fertig machen und du kommst da rein und sagst, ja, ja, alles gut, alles gut, machen wir das schon. Und ich wollte nur sagen, es wäre sehr wichtig, dass wir das irgendwie weitermachen und du irgendwie diesen externen Druck nicht erklärst und damit dich nicht erklärst, ist es wahrscheinlich auch schwierig. Und damit haben wir wieder die Dichotomie, also dieses Gleichgewicht, was Jocko so gerne bemüht. Wie immer, du kannst nicht einfach jeden, du musst schon was abfangen von oben, ne? Du kannst nicht jeden Druck, der da irgendwie daherkommt, einfach weitergeben, so wie ein Durchlassventil. Aber du kannst auch nicht einfach alles weglassen und nie was erwähnen, würde ich jetzt mal so als Grundtenor ausgeben. Das Gleichgewicht, das Gleichgewicht, das Gleichgewicht, das Gleichgewicht ist, was ich.